1945 bedeutet wir sind wieder live, wir haben Vodafone-Netz, mal gucken, oder bin ich im richtigen Netz, ja Vodafone-D, perfektimo, alles, wir haben noch 0 Framedrops, das ist super, ich hoffe das bleibt auch so, ähm, 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 und das kommt schon Framedrops lol, gerade wo ich es angesprochen habe, uiuiui, ja es ist wieder stabilisiert, okay, gut, 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 dann ist ja gut, wenn ich mal wieder stabilisieren, das ist alles nice, so, okay, ähm, will ich ja nicht Musik anmachen, will ich Musik anmachen, ja mal schauen, ähm, ich würde aber euch sagen, ja, ich habe euch gesagt, erst einmal bisschen Teampark Tycoon 2 rein, ähm, bisschen wieder machen, und danach können wir dann wieder bei Joule beitreten, ähm, weil ich würde da ein bisschen, kann ich, kann ich den Park neu, kann ich den nochmal neu anfangen, ist ja super, weiter, da, da, da mache ich Musik, Arne, Ah, mal Sprecherplatz, Dankeschön, okay, ähm, kann ich Musik ausmachen, Einstellung, Erlebnis-Sprache, Deutsch, ne, Lautstärke, Dankeschön, da machen wir, ähm, hier, das haben wir, oh, Battle Luigi's Mansion 3, aber wir sind fast mit der Playlist durch, und hey, Joule, willkommen, nice, schnell Dungeon, okay, dann viel Glück, 5 Sterne Park, ich, ich will den neu anfangen, wo ist jetzt mein, mein Showman, hä? Hä? Showman ist nicht, hä? Showman ist offen, aber, ich sehe das Fenster nicht, hä? Was ist der Hölle? Ah, da ist es, ha, gefunden, so, ähm, der Mediathek, ich sollte echt mal die Musik vorher vorbereiten, und nicht mit nem Stream, ah, passt schon, so bin ich, Boop Battle Luigi's Mansion 3, okay, aber danach gehen wir, gehen wir so zu dir rüber, in dem Spiel, äh, ich hab vergessen, wie es heißt, aber sehen wir dann, ja, und heute haben wir auch mehr Zeit, das ist gut, ähm, Luigi's Mansion, nee, King Boop Battle Phase 3, da ist es, oh Gott, laut, 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 wo ist jetzt meine Musikquelle, da, wobei, es geht eigentlich, aber ich glaube, nicht, es ist laut, oh, okay, so, so, und so, okay, perfekt, kann ich das Totoil nicht überspringen? Ich will das Totoil nicht, muss halt genau dahin platzieren, wo die es haben wollen, das will ich nicht, aber das kann man da eigentlich hintun, immer als Tepa kann man da eigentlich doch hintun, um genau zu sein, ich mag es aber jetzt hier so, so dramatische Musik hören, so, okay, okay, bum, 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 baue ein gebautes Fachgeschäft, was, achso, So, oh. Warum soll das Erfrischungsgetränk da hin? Wie drehe ich nochmal? Ja, okay. Da gibt es Sinn. Na, total abgeschlossen, das ist gut. Eigentlich ist das irgendwie Produktionskosten. Okay. Kann ich das nicht irgendwie woanders? Kann ich das nicht verschieben? Will das ja nicht haben, ich kann es löschen. Weil dann wiederum, wir trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig, wir lassen es da. Ähm, generell, was ist das? Karussell kann auch noch an den Eingang. Hahaha. So. Äh, wandert Pass hier. Warteschlangen. Rum. Bum, bumm. Okay. Äh, geöffnet. Tja, wir brauchen Mülleimer. Ganz wichtig. Äh, Säune, Wänden, Stangen. Ne, wo waren die nochmal? Requisiten, andere. Form. Und nochmal die Mülleimer. Natur? Ich will eine Kaktus bauen. Weil Kaktien sind cool. Äh, hä? Guck mal an, die nochmal. Turän. Pick. Paint. Das ist Mülleimer und Letheer. Ah. Ne, 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 hier ein Buch. Ne, 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 ne. Ja. Okay. Ich kann mir dann hier selber fahren. Ja, kann ich. Au, ups. Hahaha. Ja. Nice. Fetzen Gäste. Krass. Ich hoffe, man kann das Ding erweitern. Ja, doch bestimmt kann man das. So. Ähm. So. Oh, Zucker, warte. Dino-Hoot. Wat? Ah, Kastel. Oh, Slush-Eyes-Heiß-Getränke. Uiuiui. Interesting. Ein Ballon, ganz wichtig. Was ist das denn, Flux? Oh, das ist das. Ja, es kommt weiter nach hinten. Ich würde sagen, ich baue erstmal ein bisschen Essen und so hin. Oder? Ja, doch, warum nicht? Hier kommt Popcorn hin. Wei dann wiederum. Äh, j�í noch. Erstmal heiß Getränke. Slush-Eis kommt dann da hin, jetzt kommt Pizza, verdammt, ich hab die Eiscount vergessen, egal, passt schon. Oh, Superwarte, ganz wichtig. Ah, ich höre schon, ja, weil die Musik ballert. Renni-Wall ist auch ein cooles Spiel, muss ich zugeben. Äh, ja, weh nicht, okay. Mülleimer, hier sind noch Mülleimer. Die haben keins nicht genug, okay. Oh nein, schade. Also, ich dachte bestimmt gleich. Das war das Schlimmste, wenn der Ding leckt. Äh, äh. Bei genauerer Überlegung. Ich hoffe, bevor es hier noch creepy wird. Kann ich die... 3K-Points, ui. Zu viel in dem Spiel. Wo habe ich diese, ist das Beginning Musik? Ich glaube schon. Oh, nice. Kann ich den Müll nicht aufsammeln? Destroy. Müll. Nee. Hey, ich kann den Müll nicht weg. Ah, F-Clean-Trash. Dankeschön. Aber wie höre ich jetzt auch mit hin? Okay, so scheinbar. Was hast du denn? Gäste-Info, was? Ach, du Gäste-Info hier klicken. Wird geladen. Material. Nee. Er läuft schon weit aus dem Junior-Player. Ich kann ja wo Bilder noch sein... Weiß ich nicht. Irgendwann bestimmt. Visiten? Dynamit ist ne gute Requisite. Wege. Machen wir wieder Wege. Ups, das wollte ich nicht. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah, ich hab wieder Geld. Okay, ich hab voll gut. Okay. 22 Gäste? Krass. Warum suche ich euch immer so weit weg? Ähm. Dann. Wollen wir denn Spielrutsche? Das klingt spannend. Das glaub ich aber nicht so spannend. bei genauer Überlegung. Intensiv. Oh, das ist intensiv. Hm, jo. Der ist intensiv, glaube ich. Nein! Ich habe nicht genug Geld. Verdammt. Gravitation? Dafür habe ich auch nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. L? Was? Broke. Ah. Leider schon. Leider, leider, leider. Kann ich die Preise nicht einfach in die Höhe schießen und dann... So, und wenn die ganzen anderen Toiletten voll sind, dann muss man zu der... Wie, warum endlich so Hoffnung Broke ist? Oh Gott, nein. Geh, es ist ein... Möchte ich mir selbst was zu holen? Ist ja nett. Hm, 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 hm. So, okay. Hm, 2 ist alles bei 10 Dollar, ne? Ah, das ist 13. Was ist eigentlich Eintrittspreis? Mehr genaue Überlegungen, was ist ein Eintrittspreis? 18? Ui. Na, ich hab schon einen Stern. Nice. Ich hab schon einen Stern. Die Witze sieht irgendwie nicht so lecker aus, muss ich zugeben. Ähm, so viel, glaub ich, 1000. Verdammt, wie teuer war das? Ich hab vergessen. Äh, nee, hier war's nicht. Äh, Rides, genau. Ach, ich bin auch Achterbahn. Wow. Wir sind auch alle super teuer. Oder kann ich, ne, hab ich nicht freigeschaltet. Ich brauch mehr Platz dafür. Was ist denn jetzt, ne Mucke? Ah, das ist mal noch Rides World. Ah, wahrscheinlich ein Begeisteres, oder? Ja, das Geisterhaus, okay. Wasserfachgeschäfte? Wasserfahrgeschäfte? Also was ist denn jetzt relativ langweilig, muss ich ja eigentlich sagen. Transportmittel? Oh, so ein Transportzug ist immer nice in der Dings. Wir gehen mal durch den Dings. Das ist voll nice eigentlich mal. Noch was ist so klein dafür. Ähm. 9.000. Eieiei, ich hab doch nur... Ich kann ja Space Swinger können. Oh, ein Freifallturm. Kann ich nur noch höher machen, oder? Nee, Schuss-Show kann ich nicht machen, die ist zu teuer. Machen wir das mal Space Swinger. Tun wir hier hin. Dann tun wir da hin. Oder was? Okay. Äh, Puff. Badeschlangen. Bum, bum. Bum, bum. Okay. So, was ist das hier unten eigentlich? Erfolge. Claim Credits. Ah, nice. Cool. Täglicher Bononos. Oh, nice. Voll gut. Ist noch... Ach so, das ist noch geschlossen. Äh, 10 Dollar. Oh. Oh, ich kann die Sachen umbenennen. Bidon muss beclosed. Builder Entrance and Exit. Okay. Hat er doch. Na, oben Entrance and Exit. Oh, das ist falsch rum. Dün, 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 dün. Hör ich mir denn einen weiteren... Ding. Land for sale. Hol dir was... Ui. Muss ich ein bisschen Geld holen. Oh, ein bisschen was. Hol dir Geld. Ja, nee. Ich hol mir kein Geld. Gäste. Karussell ist extrem billig. Das freut mich. Ich bin auf Karussell gespannt. Ich bin hungrig. Ich bin auf Teetassen gespannt. Bin hungrig. Durstig. Hungrig. Karussell. Toilette sta... Die Toilette bei Stand. Die Toilette bei... Was? Die Toilette bei Toilette Stand ist so teuer. Ja, das ist nur die eine. Ich bin auf Teetassen gespannt. Ich bin durstig. Ja, das ist die teure. Die anderen sind alle okay. Aber wir müssen alle kostenlos machen. Außer die eine. Die wir da... Da geht der Preis in die Höhe. Die wir alle kostenlos. Außer du. Jo. Jo. What? Jo willst... Oh Gott. Die anderen sind aber kostenlos. Wir sind nur zur Not. Ich glaube, da geht niemand rein, oder? Geht da jemand rein? Wenn es 100 Dollar kostet. Für die Toilette. Warte, die ist kostenlos. Da gibst du kein Geld aus. Dün, 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 dün. Ich glaube, ich krieg kein Geld dadurch. Schade. Machen wir auf 10 Dollar. Nämlich 9, 20. Bumm. Welche Farben eigentlich ändern? Dann... Vielleicht. Na doch, dann gehen wir rein. Okay, alles nice. Dann ist gut. Okay. Boah, ich hab hier noch ein bisschen Land, sag ich mal. Ähm, gefällt nicht, dass es hier so leer ist. Ich kann auch ein bisschen türen. Gelände zeichnen. Schnee, Eis, Gras. Oh, Blockbedienung, Wasser. Oh, ich kann auch auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ah, ich würde jetzt da gerne ein bisschen... ... Natur mit reinbringen. Zum Beispiel ein paar Bäume. ... Kristalle. Äh, warum nicht? Mal zwischentun. Keine Ahnung. Mh. Dü, 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 dü. Schein, yeah. Okay, das sieht ein bisschen weird aus. Sogegeben, aber ist okay. Ha, 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 ha. Schau, die sind echt. Dü, 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 dü. Müllu, finde ich. Okay. Bisschen wir die Müll einmal lernen, müssen wir nicht. Okay, alles gut. Eher sein können. Kann ich mich genauere Detail-Zubewertung anschauen? Ja, okay. Ich kann Eintrittspreis, Standard-Eingang. Was? Kein umliegendes Gelände, Gras. Oh, ich kann hier schon so... Oh, interesting. Parkwert. Parkgast-Übersicht. Ach so, das war da jetzt, ja. I see. I see, I see, I see, I see. Vergnügungspack von... Endloser... Vergnügungspack von... Vergnügungspack von... Sind alle gleiche Hause-Verkäufer. Nutzt die Tülettern nicht irgendjemand? Zistik. Null Gäste. Gesamteinkommen. Null Dollar. Machen wir es auf einen Dollar. Äh, drei. Mein Plan geht nicht auf, dass alle kostenlos sind und die andere teuer. Ist ein bisschen schade. Ja, dafür sind einfach noch so wenig Leute, das kann auch sein. Wir müssen die Tületten extra künstlich niedrig halten. Damit das aufgeht mit dem Plan da. Jo, was ist das denn da, wenn eine riesen Achterbahn... Uiuiui. Ich glaube, ich bin da bei 3000. 1000. Kann ich mir irgendwas Intensives wieder können? Mal gönnen, nicht können. Hm... Was ist alles so teuer? Twister können ich mir nicht gönnen. Geh mal noch ein bisschen. Warum ist da oben eine Ente? Das wird Achterbahn aus. Kinder... Kinderachtenderbahn? Ich hab ja irgendwie Kindergartners gelesen. So ohne Sinn. Das ist alles gesperrt. Jo. Ist ein bisschen groß. Wilde Maus. Boah, die kostet 14.000. Da ist gar ein Baum mit drin. Was soll ich dann hier irgendwie hinbauen, ne? Du du du. Kasse 250... Ne, warte was. Ah ne, 6.700... Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Warum ist das alles... Ich glaube, ich komme ja da hier an. Mal genauer Überlegung. Dass es nicht so gruselig ist. Und das ist ja kein Gruselpark. Wo war denn das nochmal? Wo sollen Dächse und Decken... Mülleim und Lateran. Wie viel Beleuchtung hatte ich denn jetzt? Die. Nee. Die. Nee. Die. Ja genau, die. Kann ich hier nix bauen. Sad life. Da kann ich was tun bauen. Aber das ist doof da. Ich kann es nicht in die Mitte tun. Oh Gott. Das ist auch nix. Warum denn nicht? Das ist nix. Ja, dann muss ich es leider so machen. Warum, warum ich es nicht in die Mitte tun kann. Ein bisschen sad. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen breiter machen müssen. Dann würde es wahrscheinlich gehen. Joa. Ja, wir sind jetzt so. Ich glaube, wir sind aber fast mit der Playlist durch. Bei mir noch Überlegungen. Ich glaube, es fehlt nicht mal viel. Aber wie ich schon letztes Mal gesagt. Ja, dann machen wir wieder Zufallmix. Weil gerade, da klappere ich die Playlist von ganz oben nach ganz unten ab. Schon seit paar Streams. Ja, einfach damit man auch mal alles hört, was drin ist. Aber ja, PS2 ist da aber immer noch nicht rausgenommen. Fast schon. Ist immer noch niemand benutzt. Die Toilette. Null Gäste. Zusammen ist eigentlich um null Dollar. Na, wir haben alle auf einen. So. Gedanke. Niemand denkt an Toilettenstand. Okay. Das ist cool, denke ich. Nee, das ist nicht. Wer ist schon gleich eine halbe Stunde live. Eieiei. Ass. Hey. Ich mag diese Kristalle. Die sind irgendwie weird, du halt. Aber passt schon. Ah, das habe ich drin genommen. Wann hat denn? Ich bin mir ein bisschen verwirrt über alle Sachen, die ich reingenommen habe. Und was nicht. Was ist das eigentlich da für ein Tunnel? Aber ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Spiel. Wir haben uns hier ein bisschen was aufgebaut, hier eine kleine Sache. Aber, wir gehen zu Dings der Woom ist da rüber. Ich habe vergessen, wer das Spiel heißt. Äh, das Spiel Ju aber gerade. Oh, das Slayers, genau. So. Okay. Okay. Uh. Jetzt bin ich auch so in Outer City gedauern. Dün. Nicht Outer City. Achso, ja, stimmt. Ich vergaß der Code. Ja, ja, ich hole ihn kurz. Äh. Mal kopieren. So. Kann ich rausgehen? Hier. So. Ähm. Also muss so rein. Tü, 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 tü. Schauen wir in-game. Noch nett, Privat-Server. Okay. Tü, tü, tü. Okay. Angehend vorletzt Erlebnis ist voll. Oh, no. Du bist in erster Stelle Warteschlange. Okay, cool. Machen wir noch lieber kein Dungeon. Ich habe ja noch keine Waffe oder so. Ganz Privat-Server, all good. Okay. So. Ähm. Muss so, ich kann hier noch nicht einfügen. Tü, tü, tü. Wie geht man überhaupt mit Privat-Server? Kann ich hier irgendwie Favorit-Freunde-Freunde einladen? Nee. Man muss hier erst ins Spiel rein. Für. Schließlich deinen. Join. Okay. Endgame dann. Okay, I see. Okay. Äh, Frage. Soll ich den Code dann... Darf ich den Code zeigen oder lieber nicht? Das kann ja sein, dass du nicht drauf keinen Bock hast auf andere Guys. Ja, okay. Es wird wahrscheinlich eh niemand kommen. Zugegeben. Aber trotzdem. Okay. Das ist nicht meins, aber auch okay. I see. Mein Freund. Ah, okay. Dann machen wir sicherheitsweise. Dingsen. Du, 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 du. Ah, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ah, bis jetzt übrigens keine Probleme. Okay, gestern gab es leider ein paar Probleme. Weil ich bin nicht mal im O2-Netz, sondern im Vodafone-Netz. Äh, das O2-Netz war, war in letzter Zeit fürchterlich. Aber da habe ich mittlerweile gekündigt. Aber da bin ich nicht mehr im O2-Netz. Da habe ich jetzt so Vodafone gewechselt. Es sind leider 0,2% ausgelastet Frames. Aber es sind keine 60%, wie es bei O2 war. Ist schon mal ganz gut. Es war trotzdem leider ein bisschen was, aber nicht so krass. Wie bei O2. Äh, genauer bin ich. Auswählen. Schweben, nie. Äh, ach, da. Okay, Privatserver, okay. Dann einmal so. Also ich muss noch den Code-Dingsen. Huch. So. So. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Okay. Cool. Huch. Steuerung. Lol. Dün, 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 dün. Am, 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 am. Oh. Meine Güte, ich hasse es. Dankeschön. Das ist ab und zu mal, wenn ich Steuerung V drücke, dass dann nur das V kommt. Äh. So, beitreten. Dün, dün, dün. Na, okay. Spielpass, was? Habe ich jetzt freigetreten, oder nicht? Ah, doch, okay. Gut. That's kind of weird. So. Dün, dün. Dün, dün, dün. Waiting für das Laden des Dings. A village named whatever. Äh. Okay. Wir machen dann weiter in unserer, ja, wir haben keine Mission sehe ich gerade. Äh, ne, du hattest noch irgendwas, was ich nicht haben will, glaube ich. Was ich noch nicht machen kann. Ja, ich kann ja rennen. Äh, ach genau, das war cool. Muss ich gerade noch mal ein bisschen kurz rein erinnern, wie was war. Hm, hm, hm. Ja, okay, ein super rennen. Okay. Gut, 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 gut. Boah, Mario 3D World ist so ein cooles Spiel. Ja, okay, meine, am Ende wird es ein bisschen schrecklich, aber die Musik am einfach immer so, irgendwie so happy. Was ist denn, ach ne, das warst du, ne? Dass ich das Video mal gemacht habe, oder? Ey, wir wollen nochmal, lol. Hahaha. Hm, 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 hm. Weil es gibt ja auch Geld. Ja, 5,84, okay. Glaube ich, weiß ich nicht mehr. Dünün, dün, 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 dün. Okay. Hm, 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 hm. Wack Wons Wagen. Moment, oh, warte, ich sehe gerade, es wird zu Bulling kommen, wenn ich nicht das mache. So. Oh nein. Ich mache jetzt wieder keine Verbindungen zum Chat, was ist da denn los? Äh, ist jetzt problematisch. Ich sehe mich nicht, äh, auf irgendwas zum Chat, äh, gedingst wird. Huch. Ich brauche noch keine Verbindungen zum Chat. Aber der Stream läuft noch. Okay, da ist es wieder. Also, falls irgendjemand was geschrieben hat, äh, ich hoffe, ich, äh, ich sehe die Nachrichten. Ich war am besten nochmal neu schreiben, weil ich eben gerade keine Verbindungen zum Chat hatte, aus irgendwelchen Gründen. So. Es hat, ja, es hat immer so viel gebracht, wie ich dachte. Ein bisschen halt sogar ausgebracht. Zeigst du nochmal. Achso, das war das, richtig, die Combo. Ah, genau. Bim, 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 bim. Ich will hier wahren die Sache nochmal. Mal schauen. Mal looky, looky machen. Hm. Wo war denn der Shop? Werde ich schon rausfinden. Hier? Nee. Äh. Da werde ich nicht nochmal machen. Na ja, okay. Okay, ich kann den Preis sehen. 500. Okay, wir sollten theoretisch leisten. Und... 1069. Ich weiß, ich war auf die 1069, um ehrlich zu sein. Und dann geht's los. Wo war denn das Reisfeld nochmal? Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Okay, was haben wir noch so für Mission hier? Dün, dün, dün. Oh, da ist es ja. Da sind Zivilists. Dün. I'm Grandpa. Okay. Numero Uno. Dün. 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 Hey Danke Und zu guter Letzt Quattro Warum auch immer ich jetzt auf Spanisch gezählt habe So ohne Sinn Thanks for the help Dankeschön Ja, mein Mensch kann nicht stehen Ah, Dankeschön fürs Geld So, was geht bei euch ab? Was geht bei dir ab? Rina Hey, Rina Achso, das warst du Die die Bandage heilt Verkauf Nicht heilt Was Aber Träumt eigentlich nicht so viel Hier so habe ich niemand, oder? Naja Sad life Das ist ja niemand mehr Natürlich Müsst du noch nehmen kann Soll auch noch jemand sein, der ein bisschen andere Aufgaben hat Du Ah, ne Das ist nur die zwei Aufgaben, die ich machen kann Es müssen auch noch andere Aufgaben geben, oder nicht? Hm, hm Wer ist da da hinten? Ah, das ist der schon wieder Uiuiui Hä? Wie kann es denn, dass ich nur die zwei Aufgaben finden? Aber es gibt nur die zwei Aufgaben Das wäre ein bisschen unvorteilhaft Ja, hier ist noch eine dritte Aufgabe, die ich nicht machen kann Okay, ich könnte es schon machen, aber Monobab ist schwer Ja So Ich kann nicht mit dir nicht interagieren Scheinlich, weil ich in der Mission bin Gehe ich gleich hin Ah, noch einmal, dann kann ich es mehr gönnen Hahaha Was machst du denn da? Warum weinst du? Wow Wo ist denn der Kamerafahrt? Ich fuhr gerade aus dem Osumara-Village Es ist kein Zeitpunkt zu verbrauchen Ich muss jetzt gehen Ach, du schützt Komm ich jetzt von da? Okay So Dün, 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 dün Okay Da sind wir Okay, hi Willkommen So Dün Hast du? Steffin Punkt, Punkt, Punkt Okay Cool Dün, 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 dün Dün, dün, dün Dün, dün, dün Dün, dün, dün Huch, da war ich nicht rein Mh Ja, wo der war Machen wir nochmal Da kann ich mir den Dings leisten Hahaha Da kann ich mir dann Die Waffe leisten Voll gut Dün, dün, dün Dün Dann hole ich mir sie Ah, ich muss meine Helligkeit glaube ich wieder hell rüber machen Weil ich sehe wahrscheinlich wieder nix Dann Eieiei Wo ist das überhaupt? World 6? Ei, echt? In World 6 war ich so? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern Wieso So intensiv war Sag ich mal Wäre das falsche Wort dafür So, machen wir mal kurz meine Helligkeit höher Einstellung Systems Oh wow, ich bin schon auf 100 Uff Also ich war fast auf 100 Doch, ich sehe aber alles gut Voll gut Over there Over there Dün, 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 dün Okay Okay Was ist denn die Krone da? Okay, Halskette. Was war denn, wo denn jetzt, rechts jetzt, uiuiui. War das eine Freundschaftseinfrage? Achso, ja, okay, ja dann. Ah, jetzt angenommen. Ja, okay, gut. So. So, das können sie wollen, ja. Alright. Yeah. Habe ich es jetzt? Wie nutze ich das jetzt? Ah, ich kann blocken? Ah. Inventar. M, es ist auf M. Oh Gott. Warum denn auf M? Äh, brauche doch noch Geld. Äh, ne. Interagieren. Huf. Wie komme ich hier raus? Oh Gott. Verdammt, wie komme ich aus diesem Menü raus? Willst du Geld? Na, lass ruhig. Hey, will ich mir ehrlich holen dann. Hä, wie komme ich aus dem Menü raus? Ähm. Was ist denn dann? Das ist ein Charnes Buch, du. Ah, Ausrüsten. Okay. Oben links. Ach, das schließen aus! Ich gehe jetzt erst, du. Ah, okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. I see, I see, I see. I see, I see, I see. Geld? Oh, okay. Ach da, sehe ich jetzt erst. Dankeschön. Sind das jetzt eigentlich andere Sachen, oder? Ne, sind wir noch die gleichen Sachen, okay. Nein, nicht du schon wieder. Wollen wir jetzt ausrüsten? Wollen wir jetzt ausrüsten? Okay. Okay, ich hab keine Impulsion nochmal vorgesehen. War das du? So, Mie. Ja, das warst du. Okay. Kann ich das schaffen? Mit der jetzigen neuen Ausrüstung. Nimm es in die Hand und drück dann linksklick. Ah, okay. Ah, das hatte ich da noch gar nicht. Aber ich dachte, das hatte ich schon dann. Scheinbar doch nicht. Let's see. Ö, was macht ein Ö jetzt? Ö, macht nix. Dün. Dün, dün, dün. Ö, macht gar nix. Toll. Dün. Aber war das beim Geld? Einen Dingsen. Kann sein. I don't know. Okay. Dün. So, äh, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau. Hier alles, wo das weggeht. Okay. Okay. Das nervt. Huch. Oh Gott. Jetzt habe ich jetzt gedrückt. Äh. Not valid command. Was? Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich schon wieder gedrückt. Bruh. Oh Gott, haben wir jetzt gemacht. Äh. Oh, Emote. Cool. Für the Motes. Yes. The Motes sind diesem Elibnis deaktiviert. Dach. Aber das ist okay, wenn ich mal das da mal machen. Aber sonst. Dün. 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 Oh la la. Habe ich das wieder geöffnet. Upsi. Hey, nicht einfach, äh, nochmal raus und reingehen. Was ist das denn überhaupt für eine Box? Wie, was ist das? Ähm. Na. Erl macht nix. Warte, ich kann doch bestimmt M Einstellungen. Äh, bewegen. Was? Bearbeiten. Bewegen. Dün. Laufen. Linke Schicht. Hup 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 hup. Wettereffekte. Es gibt Wettereffekte. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Okay, das hier. Okay, äh, oh, komm, wir haben raus. Reh aufschließen. Huch, nicht scherz. Ah, okay, ah Äh, ist da rum, irgendwie meins Oh, jetzt kann ich nicht mehr jetzt kann ich nicht laufen Was hab ich jetzt gemacht, dass ich nicht laufen kann Ah, ist schon mal das da, okay Ist schon mal gut zu wissen Ah, okay, nee Double points when we moat Das ist komisch Ja, die ist wirklich komisch Muss ich zugeben Dün, 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 dün Ey, gehen wir nochmal raus und rein Dann passt das schon Ja, die werde ich wieder bewegen, hoffentlich Dün, dün Ich muss halt Steuerung V und Steuerung C immer 30 Quadrillionen Mal machen, damit das auch angenommen wird Das ist halt immer super weird Deswegen mache ich halt meistens auch immer Rechtsklick Text kopieren und Text einfügen Obwohl es umständlicher ist Okay Kann skrippen, okay Da lebt nix Oh, okay So, dann einmal So Ich glaube so Privat-Server Oh, wow, diesmal sind sie noch geklappt Beirut Wollte mich zweimal machen Krass Hatten wir die Musik nicht schon? Ne, hatten wir nicht Das ist Ne, ne, alles gut Ah, jetzt kann ich mich auch bewegen Ja, genau, okay Perfekt Für 3D-Wild-Schmuck habe ich dann reingemacht Ah, ich habe den kompletten Soundtrack reingemacht Oh, das ist schon Steph Wall Okay, ne, ich hoffe nicht, dass das kompletten Soundtrack ist So Genau, okay, bäm Perfekt Was macht der denn da? Was machst du da? Ähm Okay Oh, okay Cool Mal schauen, ob ich den bekomme Wahrscheinlich eher nicht Ah, nice Ist so outleveled up Wohl gut Hoch Oh no Das ist Kuh überhaupt Puff Essen? Wann kann man nicht hier Seelen essen? Bin schon mal weiterkommen als davor Zugegeben Boah, das ist voll laut Hä? Und jetzt Aber ich habe übrigens letztens Wird euch freuen, Ju Den Mario-Film geschaut Aber ich habe vor, den nochmal zu schauen Ich glaube, ich soll schon mal blocken Ich habe Mario-Olicy Soundtrack drin Habe ich daten reingemacht? Und wann? Was? Habe ich daten reingemacht? Mario-Odyssey Von der City am Ende Ah, Mario-Odyssey, ey Das war ein Projekt Mogi's Rückhalt nicht mitzusingen Weil es klingt sehr fürchterlich Will not to get away from me Warum nicht? Wo kommst du denn? Wo kommst du denn? Kannst du heute aufhören Oh Gott War auch nicht so trocken ab Ah, was? Level yet up Come back, Mia There's more Wow, you did a really great job with those Linkster-Boomster My sister was captured by Sokos What? 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 Ah, ah? Mmmh, hmmh No Hahaha Wir können wirklich mit Nein antworten dann? Was passiert denn dann? Oh Okay Ist das auch dann nichts? Okay Oh wait, ist hier dann nix? Oh, schade. Jetzt will ich noch irgendwelche anderen reden. Oder nicht? Na, hier ist nix. Hier auch nicht. Upsi. Ich glaube nicht, ist hier noch. Gibt's hier noch? Gibt's hier noch nicht mehr? Ich muss mal nicht aufpassen, ne? Hi, I see you have brought a blade with you. Let's say your blade is excellent shape. Okay, cool. Das freut mich. I see you have brought a blade with you. I put smile on that face. There's no time to waste no less to the Odyssey. Ist das jetzt eigentlich gespeichert oder nicht? Frage. Pferde-Typ? I can bring you to a location you have unlocked. Ah, okay. Ja, ich hab keine Location unlocked, glaub ich. Was ist die Krone da? Ach so, das ist... Ah. Ah, I see. Ich hab auch... Ich hab auch... den Smash Wars Ultimate Song drin. Hä? Warum hab ich die ganzen Sachen drin? Wann hab ich die Sachen reingemacht? Und warum? So ohne Sinn. Warum? Bumm. Aber ist ein guter Soundtrack. L aber gut, was? Glimmering Shadows. Ehh... Ehh... M-m-m-m-m-m... Ich sollte nicht... Ich will nicht mitsingen, aber ich... M-m-m-m-m-m-m, aber ich... muss mich zurückhalten. Aber dann sagt sie wieder. wow, did you really really agree, hahaha Was? Ne, das sagt sie nicht Protokoll, was ist das denn hier? Warum steht da Protokoll? Okay Ah, dann müssen wir wahrscheinlich weiter machen damit Ah, die Mission Ja, ich habe eine Mission genommen Aber sehe ich, wo es ist? Ja, da Wing, Ryaku, Suzumi, was? Ah, Duo Wow Weg Ich sagte weg Wer nehme ich das denn? Ich versuche es erstmal die da besiegen, kann das sein? Oh, muss es Level 12 sein? Oh, okay Wie denn, glaube ich, bin ich denn? Äh Achso Äh Äh Ah Wow, von wo kommst du denn? Spawnt er da auf einmal neben mir? Ja Nicht cool Ja, verdammt Mal schauen, was ich noch so für weirde Sachen in der Playlist drin habe Oh, ich meine, war gar nicht ausgerüstert Oh, ich meine, war gar nicht ausgerüstert Ich kann jetzt bitte nicht nochmal jemand da spawnen, wenn ich den auf Ding seh Oh Gott, da ist schon jemand Oh, ich bin mir am warten Oh, ich bin mir am warten Hey, Undertale Musik Das ist keine weirder Musik Aber ich glaube ich schon auf die Oberrechtsbeschwerde, die ich im Worte auf YouTube sehe Wow, cool Aber das ist sehr gerne, ich sehe nicht so schlimm Dün 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 Solange es nicht weltweit gesperrt wird, ist alles super Und hey, Otto, wenn du das Owner des Service, okay, okay, du komm Cool, dass du auch in den Stream reinschaust Okay Ganz sneaky, verdammt Und auch, Otto, dir Ja, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow Mega, mega cool Vielen, vielen lieben Dank So Ah, das sind halt die ganze Zeit diese Guys Übelst am Nerven Hä, ich bin cool Okay Kann ich schnell laufen? Ja Dün 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 OMG, thank you Ja, du hast es bekommen Good of your crew and Chris first Hä? Ich hab dir das so gegeben, wa? Ach so, wie sie es wollen, du hast ihn während du Wow Du musst auf dem Rücken und was es so Law Lao cha mhen Du musst mit auf dem Rücken im Prinzip, ja, das hab ich halt auch gelesen Eiei Ai, ei, 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 ei Oh, wie, sie fallen, uff. Oh, du dumm, ich, lol. Kann ich hier bespauen werden. Dankeschön. Na, der Partner ist ein Timehooker drin. Na, das ist auch ein gutes Spiel. Warum ich hier unbedingt so langweilige Musik drin hab, weiß ich aber auch nicht. Oh, mein Gott. So. Leveliert auf, was? Wo ist sie hin? Da. One more thing. Ach so, das Buch. Wie hab ich jetzt? Mhm, mhm, mhm. Wo ist sie hin? Ding, 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 ding. Warum hab ich die langweilige Musik drin von dem Game? Oh Gott. Kann ich mir hier in der Luft angreifen? Oh, wieder keine Verbindung zum Chat. Wow, warum das denn schon wieder? Oh, ich verliere schon nicht. Verbindung zum Chat. Ah, ist wieder da. Ding, 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 ding. Huch. Was ist denn jetzt eben passiert? Lol. Bin ja auch gepasst. Ding, 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 ding. Oh, bist denn du? Warum hab ich das eigentlich nicht mehr angezeigt? Clan Spins gemacht? Ich bin ja, ich will noch selber neu. Also, von daher, keine Ahnung. Ich weiß irgendwie was du... Oh, das hab ich schon einmal doch gemacht. Okay. Was denn das? Okay, irgendwelche Spins. Ich muss das Spiel selber noch kennenlernen. Dün, 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 dün. Oh Gott. Bin ich gerade erschrocken. Dankeschön. Das Spiel ist super, frag Otto. Ja, von dem, was ich gesehen hab, hat's mir auch gefallen. Muss ich so geben. Hm, 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 hm. Okay. Ernsthaft, warum, warum ich die ganze langweilige Partners in Teil Musik in die Playlist getan? Das verstehe ich nicht. War ich noch die guten Mucke, die guten Musikstücke in die Playlist getan? Ich hoffe mal. Dün, 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 dün. Mann, jetzt war Pferde-Typi. Okay, du sagst, ich kann Zuko besiegen. Ich mag die Musik. Ja, die ist auch, die ist, die ist eigentlich auch cool. Aber das ist die langweilige Musik von dem Spiel. Muss ich zugeben. Und das ist halt, ja, okay, das Peach Castle ist eigentlich. Weiterum bei genauer Überlegung. Ja, die hat schon was. Muss ich zugeben. Ah, da gibt's bessere Musikstücke in dem Spiel. Von Partners in Time. Dün, 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 dün. So. Klamm-Musik ist gut. Ja, das stimmt. Hä? Ach, da! Oh, lol, ich bin ja voll vorbeigelaufen. Huch! Hä, wo ist er jetzt? Hä? Ach, bist du das? Au. Lol. Hier ist um, indem du das Soko besiegst. Hä? Was ist er denn? 68 Meter. Hä? Ja, da ist eine gute Soundtrack von dem Game. Der Boss. Ja. Aber wo ist der Boss? Da! Glaube ich. Wirst du das? Er ist ein Bandit. Oh, scheinbar. Okay. Cool. Er hat versucht... Oh, Grand Barbargon ist... ...having trouble with his Vakon again. ...having trouble with his Vakon again. Oh, nein. Und das Ganze nicht. Ich dachte, ihr wärt der Boss. Und ich so, ich muss jetzt wieder... ...you need to wait a little before starting a new quest. Come back later. Und was jetzt wieder den... ...Skron-Sprecher des Jahres? Ah, nee. Oh, das ist auch eine gute Mocke von dem Game. Ist zwar ein bisschen düst, aber die ist voll nice. Jetzt dann halt nochmal. Loll. Nee, da kann ich nicht lang. In der Hoffnung, dass ich dann die wieder machen kann. Okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann. Irgendwann. Aber es wäre so cool, wenn es auf Amazon Prime wäre. Oder mal auf Prime Video. Weil dann, Kat, könnte ich das mit euch schauen. Aber ist leider nicht auf Prime. Weil dann würde ich es sogar machen. Wenn es auf Prime wäre. Aber, da es auf Netflix ist, darf ich es leider nicht streamen. Guck mal, die Dinger eigentlich. Nee, guck mal, nicht schade. Oh, das ist ein cooler Emote. Das ist ein bisschen auf der Folge auf YouTube. I mean, keine Ahnung. Weiß nicht, wie es spannend ist, wie ich eine Reaktion spannend schneiden kann. Ich bin ein bisschen unkreativ. Bim, 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 bim. Darf ich überhaupt richtig? Ja, doch, da ist es doch. Okay, alles gut. So. Ein sicherer Sohn, das freut mich. Hey, mein Name ist so. Und das weiß ich doch. Was? Der hat wieder die gleichen Aufgaben. Oh, okay. Warum das denn? Ist irgendjemand Neues erschienen mit einer neuen Aufgabe? Was hast du? Oh. Andere Städte? Oh, okay. Ich zieh. Ah, nee. Ich dachte schon, dass wir an die Gräte zwar nicht rüber sind. Das ist eh gut. Andere Städte also. Hui. Kann ich nicht hinreisen dann. Kann man mal nicht hinlatschen. Kann ich denn schon in andere Städte bestreten? Schau mal. Ich suche jetzt einfach eine andere Stadt. Keine Ahnung. Du musst immer 15 Sekunden warten, bis du ein Neues best annimmt kannst. Ah, okay. I see. Gut zu wissen. Ding, 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 ding. Habe ich ja sowas wie der Ausdauer, oder kann ich auch nicht lang rennen? Ich weiß, warum wir ein Higher Level? Ah, okay. Cool. Ah, stimmt. Kuba, ja, das ist da. Stimmt. Warum ist es jetzt so komisch? Was bist du denn? Die nächste Quest brauchst du Level 30? Oh Gott. Ach, das bist du hier schon wieder. Dün, 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 dün. 30. Das ist eine Menge. 15 bis 30. Ui, 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 ui. Aber auf jeden Fall ein paar Levels noch. Was? 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 Wie kommen sie jetzt da rauf? Wow. Okay. Na, doch, ich hab die. Bin ja vorbei. An wen? Achso, ich hab schon mal mit dir geredet. Glaube ich. Weiß ich nicht. Wo waren die? Was ist denn helfen? Wo waren die nochmal? Ich weiß es eh woanders, okay. Okay. Dün, 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 dün. Achso. Ich denke die ganze Zeit, dass das irgendwie jemand von diesen Sherken da ist. Kriege ich eigentlich, ich kriege ich eigentlich Level-Obs, wenn ich die kille. Wahrscheinlich, oder? Ganz böse save. Ganz böse save. Ja. Ganz eindeutig. Ja, okay, perfekt. Ah, leveliert auf. Voll gut. This is not over. Das ist nicht. Ich seh nix. Die machen so dunkel auf einmal. Wow. Könnt ihr auch für ein Leben jetzt zu spawnen? Das wäre echt super. Das wäre so der mit pinken Haaren, okay. Bei der Nacht, I guess, ja, gibt's. Na, trotzdem seh ich nix. Okay, ich seh schon was, aber zu dunkel. Gibt's hier in Roblox eine Helligkeit-Einstellung? Kamera, Moos, Kamera, Lautstärke, Vollbild, Grafwerk, Leistungs... Nee, schade. Ist das ne Angel? Ah, alles gut, ich kann schon noch was erkennen. So ist es nicht. Angel, ja, nice. Eine Angel. Krass. Wo ist er denn? Ja. Oh, wow. Okay. Jetzt gibt's zwei Ege zu Soundtracks? Na ja doch, richtig, ich erinnere mich. Ich glaube, von dem Spiel habe ich das Gefühl, den ganzen Soundtrack drin. Ich glaube, S ー kreiret, den, 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 den. Ding. Okay. Achso, ne, das bist du. Null. Okay, perfekt. Wow, 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 wow. In meiner Ultra bin ich unsicher. Okay. Okay. So, 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 was sind die jetzt da? Ich mag's übrigens, wird teilweise eher voll gut. Ich mag's übrigens, dass die mit uns auf Englisch reden und wir auf Deutsch antworten. Ergibt Sinn. Nein, gut, ich will sie doch mal retten. Weg. Ich will hier hin, ins Dorf. So. Huch. Ach, ja. Nein, doch. Ich muss warten. Na, jetzt, okay. Oh, diese Quest wieder, uff. Boah, ich glaub, das ist ein bisschen laut. Mal ein bisschen weiser. Okay. Nee, nicht verlassen. Fortsetzen. Pass auf verlassen gedrückt. Huch. Was? Man muss jetzt schon wieder den Suchfest da am Stehen. Hä? Ich hab doch irgendwas in eine andere Quest. Lol. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay. Wow. Achso, da. Ah, ich hab mich tatsächlich. Ah, okay. Ich sieh. deswegen. Oh, lol. Ist ja wirklich einer. Ich hab mich nicht mehr. Ah, ich hab mich nicht mehr. weg von mir, warum nicht? Ich glaub, ich hab wirklich einen kompletten Soundtrack drin bei genauer Überlegung. Oh Gott, was? Was? Oh. Oof. 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 gospel kopf Äh, was ist das so da? Oh. Okay, interesting. So, ist besser zum Kämpfen. Das glaube ich, ah, die Geschichte. Ah, okay, cool. Du, 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 du. Ach, komm schon. Bin ich neben. Und jetzt? Verdammt. Wo ist die hinten? Nein! Huch, wo kommst du denn? So, die ganzen menschlichen Seelen in der Aufsicht. Und warum kann man die essen? Mehr nicht nehmen. Geht doch, Nummer 1. Und ich hab wieder keine Verbindung zum Chat. Wuh, ich liebe es. Wenn man ein Demon ist, kann man die Seelen essen, um sich zu heilen. Ah, interesting. Ja, ich hab eine Nachricht verpasst. Ich hoffe nicht. Ah ja, da wieder keine Verbindung zum Chat. Zu welchen Gründen. Also wenn ja, dann am besten nochmal neu schreiben. Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Dün, dün. Verdammt. Hey, verdammt, hab ich nicht auch gesammelt. Ach, komm schon. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Dün, dün. 3 du 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 mich aufsammeln dann könnt ihr mich angreifen meine Güte lasst mir jetzt mal die aufsammeln Danke hier können aufsammeln. Passt Lotto anscheinend nicht? Oh, was hab ich denn da jetzt verpasst? Oh Gott. Achso, okay, I see. Ich bin so gebrochen. Oh nein. Es ist mir in Ruhe. Kannst du mich gleich angreifen. Nämlich, verdammt, jetzt nicht. Nämlich jetzt. Ne, doch nicht. Geise Mission. Ich hasse sie so sehr. Jetzt. Jetzt. Oh, das ist auch noch gut. Geht doch. Meine Güte. Wer bei mir vorbei rennt und sich fragt, was ich da mache, was? Oh Gott, das sieht nicht schön aus, da gerade. Uh, nee, du nicht. So besser. Also noch mal gucken. nein gehen wir das heute noch ja hier haben wir schon mal gemacht das können wir noch mal machen oh gott okay cool 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 so aber ich würde sagen wir haben ein Problemspiel gesehen gibt es noch irgendwelche anderen Vorschläge von irgendwelchen anderen Spielen dann würden wir dann auch gerne reinschauen du gottlos oh nein uff Theme Park Triku 2 schon wieder? ok können wir ruhig machen dbu oder was ist denn dbu oh ich will deinen 5 Stern Pack weiter sehen ding 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 oh ich hasse es das Music Party Dragon Ball Ultra ich habe den Video noch nie gespielt aber ok ok also ich habe von Dragon Ball zwar keine Ahnung aber schauen rein Dragon Ball Ultra 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 ding 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 hm 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 ok ding 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 warte warum steht da Peach's Castle Dungeon achso ist ja Peach Ball gegangen ok auch nicht viel Ahnung aber rein da wird noch los sagen das ist super haha ja bestimmt ok wow was ist das denn da? Beine Ultimative warte ding 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 hm 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 Jo, der kann fliegen was? Oh, ich scheinbar auch. Äh, Buch? Hä? Was? Ah, das ist ein... Oh, okay. Ja genau, ihr joint einfach dann. Dün, dün, dün. Ja, ihr könnt dann einfach joinen. Man erinnert? Okay. Oh, echt? Buch? Dün, 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 dün. Bier hier rein. Beiträden. Wo? Okay. Schon wieder so viele Assets. Wo ist auch wieder so ein Scam, wo nichts geladen werden muss? Noch in dem Game schon, okay. Okay, neues Spiel, wenn du neu bist. Ich bin neu, das heißt neues Spiel. Glaube ich. Möchtest du wirklich ein neues Spiel schaden, das würde ich, dass du alle deine Fortschritte löscht. Welche Fortschritte? In genau so einer bin ich. Was? Uh, Charakterkreation. Das ist geil, genau. Ja. Äh. Äh, mehr zugeben. Ich wähle deine Seite, gut, böse, du bist gut. Du bist böse, du bist gut, okay. Ich glaube, wir wollen gut sein. Weiß ich nicht. Dün, 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 dün. So, was? Kann ich jetzt das Spiel starten? Oh Gott. Statistik, Frage, Menü, Skills, Gesundheit, Energie. Moin, hi. Willkommen. Oh Gott, holy moly. Okay, schon mal interessant. Hm, 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 hm. Yo, what? Ah, okay. Das kann dann, interesting. Ich kann, cool, cool, cool. Menü, Shop. Hm, wir suchen Shop. Frage. Du hast keine Quest. Ach, das heißt Quest. Ha, ha. Warum, warum auch noch mal Frage steht. Kann ich das? Oh Gott. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Interesting. Kann ich da rein? Haben wir bei einem Skin gemacht. Ja, okay. Ja, was ist ja. Ich kann da nicht rein, schade. Ich weiß nicht, ich mag, dass man zu schnell ist. Oh Gott. So spielen, so ist es am besten. Ey, man muss die Quest machen, um stärker zu werden. Ah, okay. Ich habe keine Quest. Kriege ich eine Quest. Wo das Gelbe ist. Klicke, um mit X-Kämpfer-Trainer zu sprechen. Ah. Meine Schüler, die X-Kämpfer brauchen eine Herausforderung. Hast du das Zeug dazu. Bring es an. Viel Glück. Besiege drei Kämpfer. Oh. Oh, da ist eine Stelle. Das ist eine coole Stelle im Game. Du oder das Level, was? Äh. Zu niedrig. Kann ich das nicht minimieren? Kann ich ein bisschen trotzdem noch? Ja, okay. Gut. Oh Gott. Uiuiuiui. Mhhh. Das sind unsere neue Fläuter-Dingsen. Ah ne, da hinten sind wir. Folgen wir mal. Äh. Wo bist denn du? Da. Gefunden. Mhhh. Du du. Kann mich nicht bewegen? Oh Gott. Du 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 du. Du 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 du. Und 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 du. Mö, Kreise musst du killen. Okay. Einfach mit so einem Kram, mit so einer Friedel. Oh Gott, ich will nicht D-D-D-D schreiben. Hilfe. Oh nein, er macht irgendwelche, irgendwelche, keine Ahnung. Komm ich wieder runter, so. Ist er tot? Dün, 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 dün. Heeeeh. Ich i drogen. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Du 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 Also, ihr werdet hier so friedliche Musik hören, oh Gott, so einen intensiven Kampf. Nein, nicht, nicht der Baum. Hab ich ja nicht, kein Leben. Ach doch, da Gesundheit, okay, I see. Quest vollständig, nice. Huch, hab ich denn hier jetzt gelandet. Meine Schule Eic ist aber auch eine Herausforderung. Hast du das Zeug dazu? Hab ich doch eben gemacht. Haha, dann schauen wir nochmal. Okay. Möchte ich nicht mal rennen? Oh, Leute, ich heil mich so oder? Ne, jetzt haltet ich ihn automatisch, okay, I see. Jetzt kann ich aber wieder meinen krassen, krassen Dings da machen Oh Gott, ist weit weg Ah, ich hab Energie Ah, das ergibt Sinn Top 100, oi Oh, cool Cool, cool, cool Oh Gott See, ladest du Energie auf? Oh, okay Ah, nice Okay, I see Ist schon mal gut zu wissen Werde ich hoffentlich nicht vergessen Ja, ich werde sie bestimmt vergessen Weil ich vergesslich bin Ja, weil es nichts neues So, nächster Skills, kann ich mir jetzt schon aufskillen Energie-Explosion Todes... Was ist denn der Tod? Oh Gott Äh Besonder Energie Melee Das erste Energie-Explosion Ganze schon Ganze schon Ganze schon Okay Effekt Energy Ja, okay Dann hab ich Das ist gar nicht schwul Okay Ich bin jetzt gelandet Ich wäre jetzt vollständig härtig, die Muskeln. Könnte ich schon mal? Ne Ahnung, kann sein. Huch, bin ich jetzt gelandet. Nochmal. Uiuiui. Was hast du gesagt? Dann, das dachte ich mir. Warum dachtest du dir das? Dum 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 Dum. Okay. Gibt es nicht noch andere Quest? Okay. D ¿ wanna der dice zeigen? okay la we somebody uh oh da okay and offv Alrighty so Flieg einfach geradeaus. Ja, what? What? Was ist da gerade eben passiert? Eieieiei. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Das wäre ja krass. Zu schnell. Das wäre ja krass. äh okay dankeschön ach so so ok was kann man eigentlich in 30k machen aber ich muss nicht jetzt helfe dir ok so und jetzt da hey willst du mir willst du mit mir sparen was sparen wo und ich nicht jetzt gelandet die übersetzung ist richtig ich merke schon huch nenn ich schaub alle schon ok viele partners und musik habe ich noch drin ich glaube ich habe wirklich eine komplette soundstück drin von dem game das ist eigentlich die explosion Oh, das ist die... Oh, interesting. Gut zu wissen. So. Yo, what? Interesting. Oh Gott. Also, dann wollen wir wieder los, okay. I see. I see, I see, I see. Okay. Was, hier muss ich schaden. Ah, ich glaube, der killt dich immer fast. Warte. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Das ist der Tursprinz. Ui. Na gut. Gut. Bist du das? Ah, das ist wahrscheinlich wieder ein führerlichen Ping, deswegen ist sowas hier ständig. Boah, ich weh noch, der Leidruckhör. Nein, nicht so. Samt. Dun, dun, dun. Hmm, hmm. Kann ich mir die Ping anschauen? Wahrscheinlich nicht irgendwo. Ist wahrscheinlich fürchterlich. Äh. Wo ist denn mein Ping? Äh. Ach du heiliger Bim Bam. Joa. Geht aber schlechter. Wie man beim O2-Netz gesehen hat. Oh, what? sagen es war ein schöner stream das ist jetzt leider so plötzlich war war trotzdem schön dass wir morgen was gibt es morgen samstag geht es dann an den speedrun danach weiter mit zelda tears of the kingdom vielen vielen lieben dank an jeden einzelnen da war und auch fürs mitspielen vielen vielen lieben dank auf jeden fall dafür aber wie gesagt morgen dann speedrun und zelda tears of the kingdom bis dann und tschüss